Einleitung Haben Sie sich schon mal gefragt, warum Sie nicht abnehmen, obwohl Sie die Übungen machen, die Ihnen von selbsternannten Experten geraten werden? Die Wahrheit ist, Sie können noch so viele Übungen machen, wie Sie wollen. Wenn Sie nicht die drei Faktorenregeln einhalten, werden Sie keine Ergebnisse haben. Schlimmer noch, Sie werden durch die Anstrengungen sogar noch mehr essen und zunehmen. Mein Name ist John Dexter und ich betreibe seit meinem 16. Lebensjahr Profisport im Bereich Fitness- und Krafttraining. Ich bin als Ernährungsberater und Personal Trainer tätig und kann Ihnen sagen, dass die meisten Bücher da draußen falsche Informationen verbreiten. Jedes Buch, das Ihnen sagt, dass man gezielt am Bauch Fett verbrennen kann, lügt Sie an. Das ist nun mal Fakt. Unser Körper nimmt am ganzen Körper unterschiedlich ab. Es beginnt von oben nach unten. Ich möchte hier nicht zu sehr ins Detail gehen und komme gleich zum Punkt. Wenn Sie das Training nicht mit einer bestimmten Diät oder besser gesagt Ernährungsweise durchführen, werden Sie nicht abnehmen. Was bedeutet das nun für Sie und was müssen Sie machen, damit Sie erfolgreich abnehmen? Nun, das werden wir alles in diesem 3-in-1-Hörbuch klären. Sie bekommen von mir die Übungen, die Ernährungsweise und die Rezepte, die Sie machen müssen, um erfolgreich zu sein. Sie bekommen das Beste aus 3 Welten und können bereits nach 7 Tagen Ergebnisse sehen. Es ist das ultimative Hörbuch zum Thema Abnehmen. Für wen ist dieses Hörbuch? Kämpfen Sie auch mit dieser gefürchteten mittleren Altersspanne oder mit einem unschönen Muffintop? Tragen Sie auch zusätzliches Gewicht, das immer um den Bauch und um die Hüften sich ansammelt? Haben Sie Schwierigkeiten, Kleidung zu finden, die passt, weil Ihr Bauch Sie daran hindert, die Schnalle oder den Reißverschluss zu schließen und Ihre Mitte immer größer und runder wird? Wünschen Sie sich auch einen schlanken, schönen Bauch, wo man leicht die Bauchmuskeln sieht? Wünschen Sie sich eine schmale Teile und einen Traumkörper? Wenn ja, ist dieses Hörbuch genau richtig für Sie. Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit Diäten, die nicht auf Ihr hartnäckiges Bauchfett abzielt und keine langweiligen Sit-Ups mehr, die nur Ihren Rücken verletzen oder starke Muskeln um Ihre Bauchgegend aufbaut. Wenn Sie bereit sind, Bauchfett zu verlieren, Ihren Bauch zu straffen und endlich die schmeichelhafte Figur zu haben, die Sie schon immer haben wollten, dann ist dieses Hörbuch genau das Richtige für Sie. Was wird dieses Hörbuch Ihnen lehren? Es gibt einen Grund, warum Menschen das Wort hartnäckig häufig verwenden, wenn sie über das Thema Bauchfett verlieren reden, weil das Fett um die Mitte häufig das am schwersten zu Verlierende ist, egal welche Diät oder welche Übungen Sie versuchen. Sie haben sicher bemerkt, dass Ihre Mitte mit der Zeit immer weiter wächst und besonders, wenn Sie das mittlere Alter erreicht haben. Die gute Nachricht ist, dass Sie diese hartnäckigen Kilos und Zentimeter um Ihre Mitte verlieren können und ein schlankes und festes Aussehen schaffen können, wenn Sie ein paar einfache Tipps beim Abendessen und beim Training befolgen. Sie können gezielt Ihre Bauchmuskeln mit einfachen, aber effektiven Übungen trainieren und mit den richtigen Nahrungsmitteln Ihr Fett verlieren, sodass Sie eine wohlgeformte Figur bekommen, die Sie begeistern wird. Sie können unerwünschte Pfunde verlieren, während Sie feste Muskeln aufbauen und Bauch und sogar Ihren Rücken straffen. In diesem Hörbuch teilen wir Ihnen alles mit, was Sie an Ihrer Ernährung ändern müssen, welche Übungen Sie machen müssen, die effektiver sind als langweilige Sit-Ups und Crunches, um gezielt Ihr Bauchfett zu verlieren. Weil es ein wenig überwältigend sein kann, sich an all die Tipps und Hinweise zu erinnern, die Sie befolgen müssen, um dieses hartnäckige Bauchfett zu verbrennen und die modellierten Muskeln rund um Ihre Taille zu schaffen, werden wir es in 31 einfache Schritte zerlegen. Also, wenn Sie bereit sind, an Ihrer schlanken und durchtrainierten Bauchpartie zu arbeiten und endlich die starken, schlanken Bauchmuskeln zu bekommen, die Sie wollen, können wir loslegen. Warum Bauchfett so hartnäckig und so schwer zu verlieren ist Bevor wir darüber sprechen, wie wir dieses Bauchfett verlieren, wollen wir zuerst darüber sprechen, warum Ihr Körper überhaupt an diesem Fett festhält und warum es so schwer ist, es zu verlieren. Dies kann Ihnen helfen zu verstehen, warum einige dieser Techniken erfolgreich sein werden und warum bestimmte Diäten oder Bewegungsübungen, die Sie in der Vergangenheit versucht haben, Sie möglicherweise über die Jahre hinweg im Stich gelassen haben. Beachten Sie zuerst, wie und warum der Körper überhaupt überschüssiges Fett bekommt. Ihr Körpergewicht ist ein Verhältnis zwischen den Kalorien, die Sie verbrauchen und den Kalorien, die Sie durch körperliche Aktivität verbrennen. Diese Aktivität umfasst die alltägliche Funktion Ihrer Systeme, wie Herzschlag, Lungenatmung und so weiter. Wenn Sie mehr Kalorien aufnehmen, als Sie verbrauchen, werden diese Kalorien umgewandelt und dann von Ihrem Körper als Fett gespeichert. Diese Fettspeicher werden angezapft und wieder zur Energie umgewandelt, wenn Sie nicht genug Kalorien zu sich nehmen, um Ihre Aktivitäten zu unterstützen. Dies mag vermuten, dass es einfach ist, diese Fettreserven zu verbrennen, indem Sie nur ein wenig trainieren oder eine neue Diät befolgen. Aber bedenken Sie, dass der Körper die Glucose aus den Lebensmitteln verwendet, die Sie essen, bevor es diese Fette verbraucht. Der Körper muss auch eine Menge Kalorien verbrennen, bevor Sie einen signifikanten Unterschied sehen können. Das bedeutet nicht, dass Sie hungern sollten, um Gewicht zu verlieren, aber es erklärt, warum es so schwierig ist, an Gewicht zu verlieren. Sie können nicht nur ein paar Kalorien hier und da einsparen und erwarten, dass Sie genug an Gewicht verlieren werden. Warum der Bauch dick ist Abnehmen am Bauch ist auch am schwierigsten, weil hier der Körper gezwungen wird, das meiste an gespeichertem Fett zu halten. Der Bauch ist ein sicherer Ort, um diese zusätzlichen Pfunde zu speichern, ohne die Muskeln unnötig zu belasten. Wenn der Körper überschüssiges Fett um die Beine oder Arme speichern würde, würden Sie bald Muskelermüdung fühlen, jedes Mal, wenn Sie Ihre Arme und Beine benutzten. Die Lagerung von viel Fett am Rücken kann auch das Risiko erhöhen, die Rückenmuskulatur zu verletzen, jedes Mal, wenn Sie aufstehen oder sich auf den Rücken legen. Der Körper verbrennt das meiste Fett von den anderen Stellen, bevor es sich an die Fettspeicher am Bauch zuwendet, um die Belastung zu verringern, die es auf die Muskeln ausübt, indem es das hinzugefügte Fett speichert. Sie können sehen, dass Ihre Arme, Rückseite, Brüste und sogar Ihr Gesicht schlanker wird, wenn Sie Gewicht verlieren, während Ihr Bauch immer noch ein Problem für Ihre Lieblingsjeans darstellt. Weil der Großteil Ihres gespeicherten Fettes um den Bauch festgehalten wird, merken Sie es nicht, wenn Sie sogar am Bauch abgenommen haben. Sie können leicht den Unterschied an Ihren Armen, Beinen, Rückseite und anderen solchen Stellen sehen, wenn Sie anfangen, Kilos zu verbrennen, aber es vielleicht nicht so schnell um den Bauch bemerken. Sie können aber Ihren Bauch messen oder an der Kleidung feststellen, ob Sie am Bauch abgenommen haben. Es ist auch gut, sich regelmäßig zu wiegen, wenn Sie abnehmen und Muskeln aufbauen. Aber denken Sie daran, dass ein Körperfettindikator ein noch besseres Werkzeug sein kann, um Ihren Fortschritt zu verfolgen. Sie könnten tatsächlich Bauchfett verlieren, während Sie Muskeln aufbauen. Also könnte die Waage auch ein schlechter Indikator für Ihren Fortschritt sein. Den Bauch trainieren Das Trainieren des Bauches kann auch schwierig sein, da der Körper wahrscheinlicher die Rückenmuskeln und Beinmuskeln benutzen wird, wenn Sie trainieren, bevor es die Bauchmuskeln aktiviert. Mit den richtigen Übungen können Sie Ihre Bauchmuskeln trainieren, die effektiver sind als die alltäglichen Sit-Ups, da viele Menschen sie falsch ausführen, indem sie die Rücken- und Beinmuskeln verwenden. Einfache Übungen, die das körpereigene Gewicht für den Widerstand nutzen und gezielt auf die Bauchmuskulatur zielen, können mit wenigen Wiederholungen und wenig Belastung zur Straffung und zur Formung der Bauchmuskeln führen. Nun, da Sie ein wenig mehr darüber wissen, wie der Körper Fett erzeugt und speichert und warum es so eine Herausforderung ist, es um den Bauch herum zu verlieren, lassen Sie uns anfangen, die besten Wege zu finden, dieses Fett wegzuschmelzen. Wir werden zuerst einige Änderungen an Ihrer Ernährung besprechen, die Ihnen helfen können, Kalorien zu reduzieren, und dann auch einige Nahrungsmittel, die Sie nehmen können, um Ihre Muskelaufbauroutine zu unterstützen. Diese Nahrungsmittel werden Ihnen auch helfen, leere Kalorien von Ihrer Diät zu streichen und sicherzustellen, dass Sie insgesamt gesünder sind. Dann werden wir ein paar einfache Übungen und alltägliche Aktivitäten durchgehen, die Sie tun können, um Ihre Mitte zu straffen und zu formen. Wir werden Sie sorgfältig durchgehen, damit Sie sie richtig ausführen können. In kürzester Zeit haben Sie feste und straffe Bauchmuskeln und eine schlanke und muskulöse Figur. Tipp 1. Kalorienzellen Eine sehr wichtige Sache, die Sie tun können, um Bauchfett zu verbrennen, ist es, den Überblick über Ihre Kalorien zu behalten. Da Körperfett aus Kalorien umgewandelt wird, die Sie eingenommen haben, aber nicht verbrannt haben, kann die Reduzierung Ihrer Kalorienaufnahme Ihren Körper in eine eigene Fettverbrennungsmaschine verwandeln. Wenn Sie Ihre Kalorien reduzieren, wird Ihr Körper gezwungen sein, sich für Energie an diese Fettreserven zu wenden. Sie können jedoch nicht einmal erkennen, dass Sie Ihre Kalorien reduzieren müssen, wenn Sie nicht verfolgen, wie viel Sie aufnehmen und Sie nicht Ihre Kalorien gefährlich reduzieren möchten, sodass Sie verhungern. Den Überblick darüber zu behalten, was Sie essen, wie viel, wie viele Kalorien es enthält und all diese anderen Details ist ein sehr guter Schritt, um diese Kalorien zu reduzieren, während Sie gesund und sicher bleiben. Kalorienzellen ist nicht so schwer, wie Sie vielleicht denken. Sie können sogar eine einfache App auf Ihrem Smartphone verwenden, um Ihre Kalorien im Laufe des Tages zu addieren und diese Zahlen anschließend in einen Kalender oder eine Tabelle zu übertragen. Wenn Sie kein Smartphone haben, verwenden Sie ein einfaches kleines Notizbuch, das Sie in einer Tasche oder Handtasche aufbewahren und notieren Sie, was Sie den ganzen Tag essen. Jede Nacht addieren Sie diese Kalorien in Ihrem Kalender und Sie werden sehen, wo einige Kürzungen gemacht werden können. Eine sehr wichtige Anmerkung, Sie müssen ehrlich zu sich selbst sein, wenn Sie verfolgen, was Sie essen und trinken. Oft sind wir nicht ehrlich zu uns selbst und schätzen den Kalorienverbrauch im Laufe des Tages weniger ein, als es tatsächlich ist. Wenn Sie einen gehäuften Esslöffel Zucker gegen einen gestrichenen Esslöffel vergleichen, entspricht das wahrscheinlich zwei Esslöffeln Zucker. Übersehen Sie nicht kleine Dinge wie Sahne in Ihrem Kaffee, Essig auf Ihrem Salat oder ein Stück Butter, die Sie auf Ihr Gemüse legen. Das gleiche gilt auch für kleine Stücke von Süßigkeiten, ein paar Erdnüsse, Rosinen oder andere Lebensmittel, die nicht viele Kalorien pro Portion haben. Fügen Sie diese zu Ihrer Kalorienzahl hinzu, auch wenn Sie vermuten, dass es nicht mehr als 10 oder 20 Kalorien sind, die Sie mit jedem Bissen konsumieren. Dosen und verpackte Lebensmittel haben eine Nährwerttabelle, aber diese sind pro Portion und es kann zwei oder sogar mehr Portionen pro Packung enthalten. Eine Dose Suppe, die Sie essen, ist 200 Kalorien, kann aber insgesamt 400 oder mehr Kalorien haben. Stellen Sie sicher, dass Sie die Etiketten lesen und notieren Sie die Portionsgröße und nicht nur die Kalorienzahlen. Das einzige Essen, das keine Kalorien hat, ist Wasser, Kaffee und Diätlimonade. Denken Sie nicht, dass andere Diätlebensmittel, wenig Zucker oder fettarme Lebensmittel nicht zu Ihren Kalorien zählen. Sogar Obst, Gemüse und andere solche Lebensmittel sollten enthalten sein, da diese Kalorien sich im Laufe der Zeit summieren können. Bleiben Sie ehrlich, was Nahrungsmittel angeht, die nicht genau für Sie portioniert sind und bleiben Sie auf der Seite der Vorsicht. Als Beispiel, was das bedeutet, wenn Sie ein Fastfood-Mittagessen mit einem Freund haben, überprüfen Sie die Kalorienanzahl bestimmter Lebensmittel auf der Website des Restaurants oder anderswo. Wenn Sie Ihren eigenen Burger essen und dann die letzten Bisse des Burgers Ihres Freundes essen, sollten Sie die Kalorien aus Ihrem eigenen Burger notieren, aber sollten auch einige zusätzliche Kalorien zu Ihrer Aufzeichnung hinzufügen, um die Bisse des Essens Ihres Freundes einzuschließen. Vergessen Sie nicht, das, was Sie trinken, zu Ihrer Kalorienmenge hinzuzufügen, einschließlich Säfte, Tee, aromatisierten Kaffee und Milch. Sobald Sie beginnen, Kalorien zu zählen, müssen Sie die Kalorien, die Sie verbrauchen, mit einer gesunden Menge für Ihr Geschlecht, Alter und allgemeine körperliche Leistungsfähigkeit vergleichen. Sie können tatsächlich überrascht sein, wie viele Kalorien Sie jeden Tag realistisch verbrauchen und erkennen, dass einige Änderungen vorgenommen werden müssen, um Bauchfett zu reduzieren. Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie die Kalorien selbst reduzieren können, besprechen wir als nächstes einige kleine Schritte, die Sie ergreifen können, um diese Kalorien zu reduzieren und Ihren Körper dazu zu bringen, sich an diese Fettspeicher für Energie zu wenden. Tipp 2. Streichen Sie den Zucker Zucker hat überhaupt keinen Nährwert. Es enthält keine Proteine, Vitamine, Spurenelemente, Aminosäuren oder irgendetwas, was für Ihren Körper, für die allgemeine Gesundheit notwendig wäre. Es ist in Wahrheit nur eine leere Kalorie und dient nur dazu, Lebensmittel zu süßen. Dies ist der Grund, warum der Nichtverzehr von reinem Zucker einer der besten Möglichkeiten ist, um zu sehen, wie das Fett um den Bauchbereich verschwindet. Sobald Sie anfangen, keinen Zucker mehr zu verzehren bzw. es drastisch verringern, werden Sie weit weniger Kalorien zu sich nehmen und Sie können schließlich diese unerwünschten Pfunde verlieren. Diese einfache Änderung bedeutet, Kalorien zu reduzieren, ohne sie zählen zu müssen. Achten Sie darauf, wo der meiste Zucker in Ihrer Ernährung ist, damit Sie wissen, wo Sie anfangen können. Zum Beispiel Zucker in Ihrem Kaffee, Zucker im Müsli, Zuckerhaltige Limonaden und gesüßte Tees, Energy Drinks, gefrorene Desserts wie Eis- und Milchshakes oder Eiskaffee, Fruchtsäfte mit Zuckerzusatz, Plätzchen, Kuchen, Schokoriegel und andere Süßigkeiten, Dosenfrüchte in Fruchtsirup verpackt, in Flaschen abgefüllte Salatdressings, Müsli-Riegel, Frühstücksriegel, Proteinriegel und Shakes. Um Ihr Bauchfett zu reduzieren, notieren Sie, wie viele davon Sie in Ihrer täglichen Ernährung haben und entfernen Sie sie vollständig aus Ihrer Ernährung. Betrachten Sie einige Möglichkeiten, um Änderungen an Ihrer Ernährung zu machen, sodass Sie immer noch die Lebensmittel haben, die Sie lieben, aber ohne all diesen zusätzlichen Zucker. Versuchen Sie aromatisierte Kaffeebohnen anstatt aromatisierter Kaffeesahne. Machen Sie Ihren eigenen Fruchtsaft zu Hause, indem Sie gefiltertes Wasser und frisches Obst mischen. Ungesüßter Eistee mit frischer Zitrone anstelle von gesüßtem Tee. Fügen Sie frisches Obst zu einer zuckerarmen Müsli-Sorte oder zu einer zuckerarmen Joghurt-Variante zu Ihrem Frühstück hinzu. Entscheiden Sie sich für frisches Obst statt in Dosen. Machen Sie Ihr eigenes Salat-Dressing, indem Sie Magermilch mit Geschmackspäckchen schlagen oder wechseln Sie zu Dressingen auf Essig und Öl. Machen Sie sich Studentenfutter mit Erdnüssen, Kokosraspeln und ein paar Rosinen, um den Platz Ihrer Müsli-Riegel zu ersetzen. Diese Ersatzstoffe sind alle viel niedriger in Ihrem Zuckergehalt und bieten Ihnen immer noch die Nährstoffe, die Sie brauchen, und einen Hauch von Süße, den Sie in Ihren Nahrungsmitteln haben wollen. An dieser Stelle möchte ich Ihnen ein Buch empfehlen von James Wilson »Zuckerfrei Leben und Zuckersucht beenden«. Es gibt viele Missverständnisse über Kohlenhydrate und wie Sie Ihr Körpergewicht beeinflussen, sowie wann und warum Sie entfernt werden müssen, um insbesondere Bauchfett zu verlieren. Die richtigen Kohlenhydrate in Ihrer Diät können Ihnen tatsächlich helfen, Bauchfett zu verlieren, während das Verringern anderer Kohlenhydrate helfen kann, dieses störrische Fett zu verbrennen. Um zu verstehen, wie und warum Kohlenhydrate zur Reduzierung Ihres Bauchfetts helfen können, schauen wir uns Kohlenhydrate ein bisschen näher als Ganzes an. Einfache und komplexe Kohlenhydrate Kohlenhydrate gelten als einfach oder komplex. Komplexe Kohlenhydrate sind aus Vollkorn und haben minimale Verarbeitung, wenn überhaupt. Einfache Kohlenhydrate wurden verarbeitet, um etwas oder den größten Teil dieses Korns zu entfernen. Diese Körner, die oft als weißes Mehl verarbeitet werden, sind die häufigsten einfachen Kohlenhydratquellen in Ihrer Ernährung, nämlich Lebensmittel, die aus weißem Mehl hergestellt wurden. Dazu gehören Pasta aller Art, Brot, Kekse und Muffins, Kuchen, Kekse, Cracker, Brezeln und andere ähnliche Backwaren und Snacks, Pfannkuchen und Waffeln, Pizzateig und andere solcher Lebensmittel. Warum reduzieren oder entfernen Sie einfache Kohlenhydrate? Der Grund, warum einfache Kohlenhydrate aus Ihrer Ernährung entfernt werden sollten, ist, dass sie zu einer Form von Zucker im Körper verarbeitet werden. Wenn dieser Zucker nicht in den Blutkreislauf des Körpers aufgenommen und dann für Energie verwendet wird, wird es ein Teil von all dem gespeicherten Körperfett. Das Essen von vielen einfachen Kohlenhydraten hilft Ihnen also nicht, Fett zu verlieren. Im Gegenteil, es fügt welches hinzu. Einfache Kohlenhydrate sind auch in der Regel sehr kalorienreich, was bedeutet, dass Sie sehr wenig Nahrung für die Menge an Kalorien bekommen, die Sie essen. Überlegen Sie, wie viele Kalorien in einem Cracker und Brezeln sowie Brot und Nudeln sind und beobachten Sie, wie Sie leicht zu diesem Bauchfett hinzugefügt werden, obwohl Sie nicht unbedingt mit viel Zuckerzusatz gemacht werden. Tipps zum Reduzieren von einfachen Kohlenhydraten Beim Entfernen von Lebensmitteln, die zu Ihrem Bauchfett beitragen, beginnen Sie mit Pasta, Weißbrot und Backwaren. Dazu gehören Cracker, Brezeln und andere solcher Snacks. Beseitigen Sie diese vollständig aus Ihrer Ernährung und Sie können sehen, wie einige Pfunde und Zentimeter beginnen zu schmelzen. Alles, was mit weißem Mehlteig gemacht wird, sollte typischerweise entfernt werden, einschließlich Pizza, Hamburger und Hotdogbrötchen und Nudeln in der Suppe. Dies sind alles einfache Kohlenhydrate und helfen Ihnen nicht, Bauchfett zu verbrennen. Tipp 4. Stärkehaltige Nahrung vermeiden Stärkehaltige Nahrungsmittel sind Kartoffeln, Limabohnen, Reis, Mais und Erbsen. Die Stärke in diesen Lebensmitteln ist eine Form von Kohlenhydraten, also wird es auch als Zucker im Körper abgebaut. Diese Art von Zucker gibt Ihnen nicht viel Energie, aber wird dazu beitragen, noch mehr Pfunde draufzupacken, wenn Sie nicht aktiv genug sind, um diesen Zucker zu verbrennen, bevor es in Fett umgewandelt werden kann. Diese Nahrungsmittel, wie andere Lebensmittel, die reich an Kohlenhydraten sind, sind auch sehr kalorienreich, sodass Sie nicht viel Nahrung für die Menge an Kalorien bekommen, die Sie konsumieren. Dies ist der Grund, warum Sie stärkerhaltige Lebensmittel vermeiden sollten, um das hartnäckige Bauchfett zu schmelzen. Die Herausforderung besteht darin, dass viele Menschen stärkerhaltige Nahrungsmittel als Hauptnahrungsmittel ihrer Ernährung haben. Kartoffeln werden oft mittags als Pommes serviert und dann beim Abendessen als Beilage. Bratkartoffeln können auch Teil eines warmen Frühstücks sein. Mais wird oft als Beilage serviert oder zu vielen Mahlzeiten mit Bohnen gemischt oder gemahlen, um Tortillas und andere Brotersatzstoffe herzustellen. Reis ist auch als Grundnahrungsmittel für viele Menschen und ihre tägliche Ernährung. Hinzufügen von Honig, Zucker und andere solcher kalorienreichen Süßstoffe zu Reis macht es auch zu einem sehr ungesunden Gericht, wenn es darum geht, Körperfett zu schmelzen. Wenn Sie eine Liste der stärkerhaltigen Nahrungsmittel machen, die Sie während der Woche haben, können Sie sehen, wo einige Schnitte gemacht werden können. Gehen Sie nicht davon aus, dass Kartoffeln beim Abendessen eine wichtige Rolle spielen und wechseln Sie zu Hafer statt Reis. Probieren Sie beim Abendessen andere Gemüsebeilagen wie Brokkoli, Blumenkohl, Spargel oder grüne Bohnen aus. Diese Nahrungsmittel haben wenig bis keine Stärke und helfen Ihnen, sich zu sättigen, sodass Sie Ihren Appetit besser kontrollieren und dieses hartnäckige Bauchfett wegschmelzen können. Tipp 5. Obst reduzieren Obst ist sehr gesund, da es viele Vitamine, Spurenelemente und andere Nährstoffe enthält, die Sie brauchen, um gesund zu sein. Die Hydration von Früchten kann dazu führen, dass Sie sich satt fühlen und Ihren süßen Zahn befriedigen, wenn Sie auf reinen Zucker verzichten. Obst ist auch leicht mitzunehmen, wenn Sie einen Snack ins Büro oder anderswo bringen müssen und ist ein guter Ersatz für Schokoriegel und andere zuckerhaltige Leckereien. Warum reduzieren Sie dann Obst, wenn Sie Bauchfett verlieren möchten? Der Grund ist, dass Früchte eine hohe Konzentration an Zucker haben, die zu ihrer täglichen Kalorienzahl beitragen und diese Pfunde um Ihren Bauch erhöhen können. Während Obst gesünder sein kann als Backwaren, Süßigkeiten und andere Lebensmittel, die ohne all diese Nährstoffe sind, können Sie immer noch zu viel Zucker bekommen, wenn Sie jeden Tag viel Obst essen. Der Schlüssel zum Obst ist in einer gesunden Menge. Wie viel Obst Sie jeden Tag haben und stellen Sie sicher, dass Sie mehr Gemüse statt frischen Obst haben. Sie möchten auch eine Vielzahl von Früchten, die nicht die höchste Konzentration an Zucker haben, aber immer noch all diese gesunden Nährstoffe bieten. Früchte mit dem höchsten Zuckergehalt sind Äpfel und Bananen, aber Früchte mit der niedrigsten Zuckermenge sind Trauben, Melonen und Beeren aller Sorten. Um diesen süßen Zahn zu befriedigen und die benötigten Nährstoffe aus Früchten zu erhalten, reduzieren Sie Ihre Bananen und Äpfel und essen Sie mehr gemischte Beeren, Wassermelonen, Melonen und Trauben. Sie sind tolle Desserts ohne Zusatz von Süßstoffen oder Zucker. Sie können einige Beeren zu einem Proteinshake hinzufügen, zusammen mit Ihren benötigten Nährstoffen, ohne jeden Tag zu viel Zucker aus Früchten zu haben. Denken Sie auch daran, dass Zucker aus Früchten auch in Fruchtsaft enthalten ist. Selbst wenn im Saft kein hinzugefügter Zucker enthalten ist, können Sie eine ganze Reihe von Kalorien und Zucker aus Fruchtsaft allein aufnehmen. Machen Sie Ihren eigenen Saft, indem Sie gefiltertes Wasser und gesunde Beeren mischen, sodass Sie kontrollieren können, wie viel Obst hineingemischt wird und Sie sicherstellen, dass kein Zucker hinzugefügt worden ist. Fügen Sie etwas Zitrone oder Limette mit wenig Zucker hinzu. Für einen zusätzlichen Geschmack. Tipp 6. Essen Sie mehr Ballaststoffe Ein Kaloriendefizit hilft Ihnen, Fett am Bauch zu verbrennen. Doch Sie sollten sich auch Gedanken über die Wahl der Nahrungsmittel machen. Einer dieser bestimmten Nahrungsmittel sind Ballaststoffe. Ballaststoffe werden Ihnen wirklich helfen, Gewicht zu verlieren. Es gibt ein paar Gründe, warum Ballaststoffe so wichtig für die Gewichtsabnahme sind. Einer davon ist, dass es sich im Magen ausbreitet und Dich satt macht. Einer davon ist, dass es sich im Magen ausbreitet und Sie satt macht. Im Gegenzug werden Sie weniger essen. So können Sie Ihre Kalorien leichter kontrollieren. Die Verdauung von Ballaststoffen dauert sehr lange, sodass Sie zwischen den Mahlzeiten möglicherweise weniger Hunger und Heißhunger haben und auch Ihre tägliche Kalorienzufuhr kontrollieren können. Ballaststoffe binden auch andere Lebensmittel und helfen Sie abzubauen, sodass Sie sich viel leichter durch das Verdauungssystem bewegen. Auch die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Blährungen von Nahrungsmitteln bekommen, sinkt. Außerdem wird Ihr Stuhlgang erleichtert. Wenn sich Nahrungsmittel besser durch Ihr Verdauungssystem bewegen können, kann dies auch bedeuten, dass der Körper seine Glucose und Zucker nicht absorbiert und in Fett umwandelt. Ballaststoffe sind auch nicht so kalorienreich wie andere Lebensmittel, sodass Sie mehr davon essen können, ohne Kalorien zu verbrauchen. Eine Schale mit Haferflocken hat normalerweise viel weniger Kalorien als eine Schüssel mit zuckerhaltigem Getreide. Wo sind Ballaststoffe enthalten? Ein Ballaststoff ist ein pflanzliches Produkt und kommt nur aus pflanzlichen Lebensmitteln, einschließlich Gemüse und Hafer vor. Ganze Körner sind sehr reich an Ballaststoffen, ebenso wie grünes Blattgemüse. Suchen Sie nach einer Vielzahl von Kopfsalaten, Brokkoli, Blumenkohl, Bohnen und Spargel, wenn Sie Ihrer Ernährung Ballaststoffe hinzufügen möchten. Fügen Sie mehr Haferflocken zum Frühstück, Vollkornbrot und viele Salate hinzu. Die Schale von Früchten haben normalerweise auch viele Ballaststoffe, also schälen Sie keine Äpfel, essen Sie Orangen mit Ihrem Fruchtfleisch anstatt Orangensaft, bei dem das Fruchtfleisch entfernt wurde. All diese ballaststoffreichen Lebensmittel können Ihnen helfen, Ihr Essen zu kontrollieren und die Kalorien zu reduzieren, die Sie benötigen, um endlich Bauchfett zu verlieren. Tipp 7 Trinken Sie reichlich Wasser Wasser kann eines der besten Dinge sein, die Sie in Ihr System geben, um Bauchfett zu verlieren. Es gibt viele Vorteile für das Trinken von Wasser, wenn es um Ihre allgemeine Gesundheit geht. Ein Vorteil ist, dass Wasser Sie sättigt, sodass Sie weniger essen können. Ein Glas Wasser vor den Mahlzeiten kann bedeuten, dass man weniger essen und sich satt fühlen kann. Es ist sogar so, dass wenn Sie meinen, Sie wären hungrig, Sie aber vielleicht nur dehydriert sind und der Körper versucht, etwas Flüssigkeit und Hydration zu bekommen, die sowohl durch die Nahrung und nicht nur durch Wasser bereitgestellt wird. Wasser hilft auch, bei anderen Lebensmitteln im Verdauungssystem zu optimieren, sodass Sie weniger Probleme mit der Ausscheidung haben und sich aufgebläht fühlen. Wasser ernährt auch Ihr Blut und erleichtert es dem Körper, Blut zu zirkulieren. Dies ist notwendig, um den Muskeln die wichtigen Proteine und Aminosäuren zu liefern, die Sie brauchen, um stark zu werden. Wenn Sie trainieren, um einen straffen und mageren Bauch zu bekommen, brauchen Sie Wasser, um gesunde Muskeln aufbauen zu können. Trinkwasser hilft auch dem Körper, Bauchfett zu reduzieren. Es erleichtert das Aufbrechen der Fettzellen, wenn der Körper Energie benötigt. Es spült auch Giftstoffe aus, wenn Sie urinieren, sodass Sie sich weniger träge und müde fühlen und mehr Energie haben. Um mehr Wasser trinken zu können, beachten Sie diese praktischen Tipps. Planen Sie einen Zeitpunkt, um ein Glas oder ein halbes Glas Wasser jeden Tag zu trinken. Dies könnte jede Stunde zu jeder vollen Stunde sein. Sie können es auch Teil Ihrer täglichen Routine machen. Trinken Sie ein Glas Wasser, nachdem Sie im Büro angekommen sind, gleich nach dem Mittagessen, direkt nachdem Sie zu Hause angekommen sind und direkt nach Ihrem Lieblingsprogramm am Abend. Wenn Sie sich einen Zeitplan erstellen, ist es wahrscheinlicher, dass Sie weiterhin Wasser trinken. Haben Sie immer eine Flasche Wasser bei sich, auch wenn Sie denken, dass Sie kein Wasser trinken werden. Wenn Sie immer eine Flasche bei sich haben, werden Sie es auch trinken und jeder Schluck hilft. Werfen Sie einige Zitronen oder Limettenscheiben oder ein paar Kirschen oder andere Beeren hinein, wenn das Wasser für Sie etwas langweilig ist. Ein wenig Geschmack kann Wasser schmackhafter machen und ein paar kleine Stücke von frischem Obst sollten nicht zu viel zu Ihrem täglichen Kaloriengehalt hinzufügen. Haben Sie Ihr Wasser in zwei 1 Liter Flaschen und beenden Sie Ihren Tag erst, wenn Sie das Wasser in beiden Flaschen getrunken haben. Bewahren Sie einen im Kühlschrank auf, um es kühl zu halten und tauschen es aus, wenn die andere Flasche warm geworden ist. Sie können auch einen Wasserkrug für frisches, gefiltertes Wasser verwenden. Füllen Sie es nachts auf und lassen Sie es im Kühlschrank. Gehen Sie nicht am nächsten Tag zu Bett, bis all das Wasser weg ist. Tipp 8. Mehr Proteine essen Protein ist wichtig für den Aufbau eines mageren und getönten Bauches, da Protein ein Muskelbaustein ist. Wenn Sie nicht genug Protein in Ihrer Diät bekommen, können Sie alle Übungen machen, die Sie wollen und immer noch keine kräftigen Muskeln haben. Viele Leute nehmen an, dass sie nur Protein aus Fleisch- und Milchprodukten erhalten, aber das ist nicht wahr. Es gibt eine Menge Protein in bestimmten Gemüsen und Lebensmitteln wie Soja. Auch wenn Proteine wichtig sind, vergessen Sie die zusätzlichen Kalorien nicht, die Sie aus gesättigten Fetten in vielen Tierprodukten erhalten, wie zum Beispiel Rindfleisch, Käse und Butter. Diese Nahrungsmittel sind reich an Protein, aber auch reich an Kalorien. Entscheiden Sie sich stattdessen für magere Proteinquellen, wie Huhn, Truthahn und Fisch, Bohnen und vor allem schwarze Bohnen, Erdnüsse und Erdnussbutter, Sojaprodukte, dunkles Blattgemüse, Eier und Hülsenfrüchte. Betrachten Sie die vielen Möglichkeiten und integrieren Sie diese Lebensmittel in Ihre Ernährung. Hülsenfrüchte wie Kichererbsen können gemahlen und mit Knoblauch, Zitrone und Olivenöl zu hausgemachtem Hummus vermischt werden. Soja kann Sojamilch und Tofu enthalten, die oft in fleischlosen Auflaufformen enthalten sind. Sie können auch eine Nussmilchsorte, wie Cashew oder Mandelmilch, anstelle von Milch wählen. Fügen Sie Spinat zu einem Omelett hinzu und Sie haben beides, Eier und dunkles Blattgemüse auf einem Teller. Eier und dunkles Blattgemüse